Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde, ihr Assas und auch Salvetaspectator ist zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Saga Troy mit mir, dem Tante Gün, auch bekannt als Günther Scherder und wir sind zurück mit dem mächtigen Odysseus. Und der befindet sich im Krieg mit Illes. Wir werden diese Stadt hier versuchen gleich mal zu plündern. Momentan liegen wir hier noch auf der Lauer. Gucken mal, was da noch so passieren wird. Wo haben wir den Übungsplatz abgerissen? Hier drüben, ne? Ich baue da mal noch nichts rein. Wir warten noch ein Momentchen. Vielleicht kommt da noch eine Armee angelaufen, da würde ich diese Siedlung also nur ungerne auf diese Art und Weise verlieren. Wir bauen und tüfteln außerdem noch so ein bisschen an unseren Ressourcengebäuden. Wir könnten jetzt mal überlegen, ob wir noch eine Hekatombe durchführen. Also ob wir uns noch die Gunst eines weiteren, einer weiteren Gottheit irgendwie sichern. Ich weiß nicht. Moral für Schwereinheiten ist immer gut, aber noch nicht so super wichtig. Ach, guck mal hier, da, Apollon. Rang bei der Rekrutierung von Priesterinnen. Dann können wir die eine Priesterin nämlich gerade mal wieder wegschmeißen und können uns eine andere holen. Passt mal auf, das machen wir mal. So, da ist er. Dann haben wir diese Mission mit der Hekatombe nämlich auch fertig. Apollon findet uns jetzt gut. Ziel, häuft 250 Gunst einer Gottheit an. 250 ist nicht wenig, okay. Wir müssen auch noch eine mythische Einheit rekrutieren, das ist auch wichtig. Ai, 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 so viele Missionen, ne? So, dann. Du hast ja hier... Warte mal, schmeiß die mal raus. So, wir hätten gerne eine Stufe 4 Priesterin. Gunst des Apollon, Gunst der Hera. Nehmen wir die, die passt auf jeden Fall auch zu uns. Dann kann die nämlich halt schon direkt ein bisschen mehr, ne? Und das ist halt eigentlich, das ist halt eigentlich ganz gut. Gut, zufriedenheit in der lokalen Provinz, Erfolgschancen aller Agentenaktionen ist auch gut. Prophezeiung des Verderbens ist gut. Gut, Rede des Grauens ist auch gut. Gunst der Götter durch Rituale in eigenen Siedlungen nach erfolgreicher Aktion in der eigenen Siedlung. Plus 7 Aktionskosten für das Ritual, finde ich auch in Ordnung. Plus 3 zufriedenheit in einer Siedlung nach erfolgreicher Döner. Nochmal 10% mehr. Minus 8 zufriedenheit in einer Siedlung nach erfolgreicher Aktion. Okay, gut, das ist irgendwie, also das ist jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig, ne? Dann kriegt man halt zwar 15%, aber das ist irgendwie nicht so cool. Gute Omen durch Opfer, Platzierung in einer Armee, auch gut. Nahkampfabwehr durch gute Omen, auch nicht schlecht. Moral durch gute Omen, auch brauchbar. Wir warten noch einen Moment. Wir müssen es jetzt noch nicht entscheiden. Ich meine, sie kann jetzt eh noch nichts machen. Wollen wir gleich mal zur Tat schreiten. Während wir hier schon die Verbesserungen haben und mal den nächsten Helden aufstellen. Der würde uns ja wahrscheinlich ein bisschen was kosten, ne? Ein Kämpfer ist sicherlich ganz gut. Wir müssen schauen, was die halt eben so für, also welche Veränderungen bei der Motivation, die so mit sich bringen. Kriegsherrkommandant, Kämpfer, Streiter, Kriegsherr Lehrmeister. Ich finde die Lehrmeister nicht so schlecht. Ja, er ist halt auch, ne? Die sind halt auch für die eigene Fraktion ganz gut. Euer gesamter Armee unterhaltet, steigt schätzungsweise um 602 und dann 300 durch den. Da haben wir noch genau 100 Nahrung übrig. Ich mag das nicht so recht. Ich mag das nicht so recht. Ich mag das nicht so recht. Und wenn ich das nicht so recht mag, dann machen wir einfach mal die Runde weiter und überlegen, was wir in der Zeit machen. Ich hoffe, ihr seid heute dabei um 21 Uhr in meinem Livestream. Ich kann es nicht oft genug sagen, ne? Jetzt können das alle nicht mehr hören. Okay, gut. Alles klar. Ich halte die Klappe. Naja, aber das war mir tatsächlich wichtig, noch hier den Hinweis eben zu geben, dass ihr das auch mitbekommt. Oh, er hat sich echt nicht sehen lassen. Ja, geh mal hier hin und belagere das mal. Keine Ahnung, wir holen uns irgendwie so ein paar Ramböcke. Ich mag diese Siedlungsbelagerung nicht. Leider sind die noch drin. Ich hoffe, das wird noch geändert. Es gibt halt einfach in meinen Augen hier viel zu viele Städte mit Mauern. Gunst des Asklepios. Das ist ziemlich cool. Schleichen. Leider nicht ganz so cool. Klingt cooler, als es ist. So, wir nehmen jetzt hier das Plündern. Nachschub beim Plündern oder noch mehr Einkommen durch Plündern. Wir nehmen noch mehr Einkommen durch Plündern. Das Ding bei dieser... Ich hab's übrigens ein Level bekommen. Das ist ja ganz cool. Von Schöpfung, von der Generation. Ach so, das bringt mir alles nix hier. Behalte die Punkte für dich. Ja, es gibt hier einfach viel zu viele Städte mit Mauern. Also damals hatten ja echt nur die wenigsten Städte Mauern. Das finde ich insgesamt noch nicht so gelungen. Hauptsache, aber für mich auch, dass diese... Und übrigens da noch einen Hafen. Ich überlege übrigens gerade, wenn wir nur... Das Hauptsiedlungsgebäude in anderen... Also das... Aber ich glaube, das gilt hier nur für Nicht-Küsten-Städte, ne? Weil wir nämlich nur das ausbauen könnten. Wie wollen wir denn dann noch andere Tempel kriegen? Das wird beliebig kompliziert. Ach, den Agenten hab ich vergessen. Ja. Aber er hat jetzt auch keine große Heile. Wenn's bei Scheria, werden wir's rausfinden. Mit Epirus? Ne, noch nicht. Mit Epirus machen wir noch kein Abkommen. Ihr seid uns rasender Hengst. Das ist diese Stadtmau-Beschädigung in Troja. Das Leben eines Sohnes. Palamedes segelt zum schönen Ithaka. Ihr wisst, ne? Ich hab euch schon von dem erzählt, ne? Das ist die Sache mit dem Bogen, ne? Denn er hatte geschworen, mit dem standhaften Odysseus an seiner Seite zurückzukehren. Euer Erfolg mit den Pheaken hat die Aufmerksamkeit der Herrschaft von Achaia geweckt. Ihr Gesandter Palamedes soll euch davon überzeugen, Ithaka zu verlassen und euch den Kriegsbemühungen anzuschließen. Euer Vater Laertes täuscht vor, dass ihr krank seid. Doch der Gesandte droht, euren jungen Sohn Telemachos zu töten. Wenn ihr nicht vor ihm erscheint, ihr willigt ein, während ihr insgeheim Rache schwört. Also, genau. Ich erzähl das Ereignis da einmal ganz kurz. Ich hab das ja bereits geschildert in einer ziemlich frühen Folge dieses Let's Plays. Der Odysseus wollte eigentlich nicht wirklich bei diesem ganzen Feldzug mitmachen und hat stattdessen den wahnsinnigen Hampelmann gespielt. Er hat sich so eine Filzkappe aufgezogen oder eine Lederkappe. Er hat sich so schräg auf den Kopf gesetzt, hat so getan, als wäre er verrückt, wirres Zeug geprabbelt und hat einen Ochsen und ein Pferd vor seinen Flug gespannt. Und der Palamedes ist dann hingegangen, hat den Telemachos, den Sohn von Odysseus, auf diese Ackerfurche gelegt. So nach dem Motto, wenn der Odysseus jetzt verrückt ist, dann würde er jetzt über den drüber fahren. Und der Palamedes hat es damit tatsächlich geschafft, den listenreichen Odysseus einer List zu überführen und ihn bloßzustellen. Das zwang Odysseus tatsächlich dazu, sich diesem Feldzug der Achaea eben anzuschließen. Aber Odysseus schwor sich natürlich Rache und hat dann überlegt, wie er sich an Palamedes rächen könnte. Es gibt da unterschiedliche Erzählungen zu. Ich sage mal so, die bekannteste ist, glaube ich, er hat einen Kriegsgefangenen aus Kilikien, glaube ich. Die Schrift von, oder er hat ihn ein Dokument fälschen lassen, das Palamedes als Verräter und Saboteur bzw. Kollaborateur der Trojaner eben darstellt. Das hat er im Lager zufällig dann so fallen lassen, hat außerdem vorher noch einen kleinen Goldschatz im Zelt von Palamedes vergraben. Und der Agamemnon oder Menelaus, ich weiß nicht mehr genau, wer das dann gefunden hat, der hat ihn dann zur Rede gestellt. Palamedes wurde angeklagt wegen Verrats und wurde tatsächlich gesteinigt danach. Und so hat Odysseus seine Rache dafür bekommen, dass der Palamedes ihn dieser List überführt hat. Ja, was wollen wir jetzt machen? Wollen wir dem Ruf folgen? Wir bekommen diplomatische Beziehungsboni mit den Achäern. Unsere Armeerekrutierung wird für 10 Runden teurer und wir kriegen minus 5 Zufriedenheit fraktionsweit. Oder wollen wir um mehr Zeit bitten? Wir bekommen mehr Wachstum, günstigere Gebäude, bekommen aber dafür einen moderaten diplomatischen Malus. Die Frage ist ja, die Achäer bewundern eure Bereitschaft zum Krieg. Also die Frage ist ja wirklich hier für uns, also Odysseus ist ja daraufhin in diesen Krieg mit eingestiegen. Insofern würde ich sagen, wir folgen dem. Das Problem ist halt nur, das bringt uns eigentlich halt nicht wirklich viel. Aber wir folgen dem Ruf, ja? Wir folgen dem Ruf. So, und du wirst mir bitte nochmal hier einen Zufluchtsort hier rein pflastern. Komm, du machst mir einen Zufluchtsort hier rein. Ich will hier sehen, was hier los ist. Also ich kann das direkt hier auf Stufe 2 bauen. Okay, gut, aber ich baue es noch auf Stufe 1. Was machen wir? Zufriedenheit, Einfluss oder Bewegungsreichweite. Das ist hier, also beim Plänkler-Lager, das finde ich, ist tatsächlich sehr, sehr wichtig hier. Gut, okay. Ja. Ich würde normalerweise sagen, wir ergreifen ihn jetzt hier an. Ich kann jetzt nur nicht sagen, ob die Schlachten jetzt schon wieder angemessen funktionieren. Ne, es ist leider immer noch broken. Also von daher, wir belangen das weiter. So, und ich schlage vor. Wir haben so viel Nahrung, wir holen uns jetzt einen weiteren Helden. Ich gucke mal gerade, gibt es hier einen, den wir... Da sind keine legendären Kommandanten, ne? Wir müssen mal schauen, das muss ja mit unserer Spielweise so ein bisschen zusammenpassen, ne? Okay, der verliert Motivation, wenn er in einem eigenen Gebiet kämpft. Und er verliert Motivation, wenn er garnisoniert. Du darfst keine Gefangenen töten. Und keine Siedlungen ausrauben, plündern oder niederbrennen. Damit kann ich leben. So, wir kriegen Nahrung in Bronze. Wir haben eine spezielle Rekrutierung. Da brauchen wir noch ein bisschen Gold für... Da müssen wir mal überlegen, wie wir da dran kommen. Oh, Alter, 50 Gold, ne? Wir brauchen unbedingt diese Goldmine da unten. Wir brauchen unbedingt diese Goldmine. Aber wir brauchen eigentlich Plänkler. Ich kriege keine Plänkler hier. Ich mache mal ein paar schwere Schwertplänkler. Okay, von wem könnten wir Gold bekommen? Du hast Gold, Mykene. Ich bekommst, dass ich davon rausgekommen bin. Ja, irgendwie so 100, ne? Ich... So, dann haben wir auch noch eine brauchbare Plänkler-Einheit. Du gehst mal hier an Land. Und du bleibst mal irgendwie noch so hier in der Nähe. Da muss der... Da müssen wir ja auch noch hin. Okay. Dann hast du ein paar ordentliche Schwertpläne... Okay, das ist ja immerhin mal ein Anfang, ne? Jetzt mal gucken, dass wir die Stadt hier auch noch gar nicht sonieren. Wie lange dauert der Ausbau? Vier Runden. Ja, mehr Nahrung, bitte. Okay. Ich nehme das Gold des Pharaos. Das Gold kann ich gerade gut gebrauchen. So. Ich weiß gerne, was da drüben los ist. Wir brauchen noch ein bisschen Meat Shield. Aber ich nehme auch gerne drei Sperrläufer mit. Das ist eine gute Infanterie. Das ist eine wirklich gute Infanterie. Ich hole mir den Wachstumsbonus. Das ist ja auch 73, 50. Können wir irgendwie... Können wir hier noch irgendwas machen? Nee, na? Hm. Also ich denke, ich werde ein bisschen mit der Armee von Odysseus austauschen. Geschwindigkeit 55 ist echt gut. Ich meine, die sind schneller als unsere Plänkler. Die machen nichts anderes, als den ganzen Tag durch die Gegend zu hoppeln, ne? Habe ich den Eindruck. Der muss noch da oben bleiben. Ich will, wenn ich Sheria angreife. Dann will ich hier versuchen, die Siedlung zu schwächen. Du kannst es nicht ernst meinen. Der ist in Lefkas gelandet. Ernsthaft? Oh Mann ey, dieses Spiel... Egal, komm, egal. Rebellischer Krieger hält erleidet Schaden. Amphi Dammas. In einem Anfall von unbändigem Zorn, der zweifellos von Ares persönlich stammt, entsteht ein Kampf innerhalb der Armee. Bevor jemand unwiederbringlich sein Leben verliert, schreitet der Held ein und setzt dem Streit ein Ende. Allerdings trägt er dabei selbst erhebliche Wunden davon. Held erleidet Schaden, die Moral der Armee ist... Okay, gut, danke. Das macht dir Spaß, ne? Okay, zum Glück ist das eine Siedlung, wo ich nicht einen einzigen Cent reingesteckt habe. Nur, sage mir bitte, Muse... Wenn ich mal schnell speichere... Also, wenn ich jetzt da hin will, ne? Hat er uns bewegungspunkte verbraucht? Warte mal schnell nach... So, dann gehen wir nach Levkars, auch wenn er jetzt ein bisschen Damage hat... Also, er ist jetzt nicht so wild, ne? Das Problem ist eher der Moral-Debuff. Was ist hier? Achso, das ist eine Fähigkeit von ihm. Okay, gut. Dann kann er sich ja... Kann er Ithaka belagern. Geh an sie! Na, die kriegen jetzt erst Verschleiß, ne? Da komm, dann bauen wir auch noch einen Rambock. Also, wenn dann... Wir machen hier... Volle Rambock-Action... Für ihn... Out into the world. Guck mal, da gibt's hier... Da gibt's die Riesen-Vorhaut in dem Gebäude. Oder in der Stadt. Und in Altes auch. Ganz cool. Okay, da rekrutieren wir vielleicht so ein, zwei Einheiten oder so. Gut. Dann nehmen wir jetzt die Kampfgeschwindigkeit. Ich hätte nämlich gerne die zusätzliche Bewegungsreichweite. Und da müssen wir die... Da müssen wir das halt eben erst mal forschen. Wir sparen Holz für den weiteren Ausbau hier. Ja, du bleibst mal da in der Nähe. Vielleicht brauche ich den nochmal. Das kann der niemals schaffen, oder? Das ist eine super Armee. Der will hierhin nach Myrosinos. Will Pylos mir jetzt hier helfen? Oder sieht das nur so aus? Bleib hier in der Nähe. In Athenas Name. Spill some blood. Ja. Okay, also... Ich erkläre ganz kurz, warum ich da diese Schlacht jetzt automatisch machen werde. Es gibt halt einen Bug, der noch nicht so... Also in meinen Augen noch nicht so ganz behoben ist. Der führt dazu, dass unsere Einheiten zwar die Mauern einnehmen, aber nicht wieder verlassen können. Das heißt also, unsere Einheiten haben den Hang immer wieder auf die Mauern drauf zu rennen. Es gibt auch diverse Probleme bei der Wegfindung der Einheiten innerhalb der Städte, die dazu führen, dass wenn man Einheiten durch die Gassen manövriert, die sich entlang den gesamten Häuserzügen entlang schlängeln. Ja, also so eine Einheit hintereinander, wie so im Gänsemarsch. Das führt dazu, dass die Einheiten nicht mehr richtig kämpfen in der Stadt. Ein anderes Problem ist, dass die Einheiten in der Stadt dementsprechend auch nicht verfolgen wirklich. Wenn eine Einheit vor ihnen flüchtet, laufen sie nicht hinterher. Das ist so, also weil sie wieder zurück auf die Mauern wollen. Und das andere ist, dass diese Städte über diverse Gatling-Türme verfügen, die wahrscheinlich mit irgendwelchen krassen Uran-angereicherter Munition irgendwie rumballern. Und deswegen, das ist tatsächlich nicht mal der, das ist noch nicht mal der entscheidende Grund. Er ist lächerlich genug, aber er ist noch nicht mal entscheidend. Deswegen werde ich das jetzt hier automatisch machen. Obwohl ich eigentlich alles manuell spielen will, aber das tue ich mir tatsächlich echt nicht an. Wir plündern die einmal. Meine ich. Wir müssen ja da eigentlich diesen Bonus bekommen, wobei es wirklich viel ist es nicht, ne? Wir bekommen einen Bonus auf die Bewegungsreichwerte, mehr Aura-Größe und mehr Moral. Schöner Odysseus. Schöner Odysseus. Schöner Odysseus. 300 Erfahrung für Geschosseinheiten pro Runde ist auch gut. Reichweite. 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 Aber Reichweite ist nicht so wichtig. Tatsächlich in diesem Spiel. Der Geschossschaden ist fast wichtiger. 10%. Wie viele Geschossschäden machen die? 56 davon. davon 20 rüstungsdurchdringend da müssen sie auch zwei rüstungsdurchdringend mehr machen eigentlich da müssen wir mal gucken sehen wir irgendwo auch einen zustand der mauern nicht so wirklich na wir besetzen das ding jetzt einmal 522 holz willst du dafür haben ist insofern total blöd weil wenn du es wenn du diese siedlung plünderst und besetzt kommst du ja auch holz was du dann wieder ausgeben kannst wenn du ein gebäude dann hier entsprechend verbesserst aber ihr seht das hier weil das jetzt keine weil das jetzt keine kolonie ist die wir hier direkt die wir hier direkt an der küste haben aber das reicht mir erstmal so das ist okay der krieg jetzt verschleiß weil er keine stadt mehr hat und dann gehen wir hier ins wasser was haben wir noch für missionen eigentlich 250 gunst eine mythische einheit halte die kontrolle über zwei provinzen ja dann schlage ich mal direkt vor dass wir hier ein bisschen merken ist das eine mythische einheit also wir versuchen es mal wir rekrutieren man so eine riesen vorhaut vielleicht passt das ja wenn wir es raus kommen für 522 repariere ich das gerümpel hier noch und im nächsten teil sehen wir uns wieder ich freue mich drauf wenn ihr wieder dabei seid und sage macht's gut bis dann pax vobiskum valete und auch chairete ja